Hallo YouTube, willkommen zu einem Video zum Energie- und Impulserhaltungssatz. Heute schauen wir uns Energie- und Impulserhaltung an, wollen dafür aber zuerst einmal Energie und Impuls nochmal genauer definieren. Fangen wir dafür an mit dem Impuls. Man kann jetzt aus Massen, Geschwindigkeiten, Kräften und so weiter sehr viele verschiedene Größen eigentlich herleiten. Wir wollen uns aber die besondere Größe anschauen, die erhalten ist. Der Impuls ist zuerst einmal dadurch definiert, dass er die Erhaltungsgröße einer Bewegung ist. Das ist erst einmal der wichtige Teil, die Erhaltungsgröße einer sogenannten Translationsbewegung. Für uns in unserer ganz normalen klassischen Mechanik folgt daraus, dass der Impuls diese Form hat. Der Impuls darf aber seine Form verändern. Zum Beispiel sieht so der Impuls in der speziellen Relativitätstheorie aus. Der wichtigste Fakt ist aber, dass der Impuls die Erhaltungsgröße der Bewegung ist, der Translationsbewegung ist. Ich muss hier noch etwas kurz dazu sagen, weil das wichtig ist. Und zwar gilt diese Erhaltung nur im abgeschlossenen System. Das heißt, wenn ich von außen, was auch immer außen ist, mein System beeinflusse, dann gilt womöglich die Impulserhaltung nicht mehr. Wenn ich zum Beispiel Reibungskräfte habe, dann sollte ich aufpassen, dass wenn ich mir nur ein Objekt anschaue, was reibt und dann anhält, dann gilt dort die Impulserhaltung nicht. Wenn ich mir aber das Objekt anschaue und den kompletten Körper, an dem er reibt, dann gilt die Impulserhaltung wieder. Das heißt, wenn wir uns Impulserhaltung anschauen wollen, müssen wir dazu alle Objekte in einem System, die interagieren, anschauen. Um jetzt genauer zu verstehen, was denn der Impuls wirklich in unserer alltäglichen Welt, was den da so ausmacht, gebe ich euch mal zwei Möglichkeiten, über den Impuls zu sprechen. Die erste Möglichkeit ist zu sagen, der Impuls ist eine Art Stärke einer Bewegung. Wenn ich mich schneller bewege oder wenn ich mit einem größeren Körper ankomme, der sich bewegt, auf beide Art und Weisen habe ich eine stärkere Bewegung. Ihr könnt euch vorstellen, dass ein größerer Kanonenball, der sich schneller bewegt, einen viel stärkeren Einfluss haben wird auf seinen Target als ein kleiner, langsamer Kanonenball. Die zweite Überlegung, die etwas näher an diese mathematische Idee geht, ist folgende. Der Impuls ist Verursacher für Kräfte. Denn wie wir gleich sehen werden, ist die zeitliche Änderung des Impulses verursacht eine Kraft. Die zeitliche Veränderung des Impulses verursacht eine Kraft. Denn Impuls, haben wir gerade gesehen, wird für uns geschrieben als Masse mal Geschwindigkeit. Wenn wir das zeitlich ableiten, dann ist die Masse eine Konstante, das heißt nur die Geschwindigkeit müssen wir ableiten. Und wir wissen schon, was die zeitliche Änderung der Geschwindigkeit ist. Das nennt man einfach nur eine Beschleunigung. Und somit ist die zeitliche Änderung des Impulses massenbar Beschleunigung. Oder wir haben es auch nach dem Newtonischen Aktionsprinzip Kraft genannt. Änderung des Impulses ist eine Kraft. Warum sage ich jetzt, dass der Gesamtimpuls in einem System erhalten ist? Das heißt, ich sage dir, der Gesamtimpuls in einem System soll sich nicht verändern. Na ja, überlegen wir mal, wie es in einem Gesamtsystem aussieht. In einem Gesamtsystem haben wir ganz viele Objekte, ganz viele verschiedene Objekte, zwischen denen alle Kräfte wirken. Aber wir kennen eine coole Eigenschaft der Kraft. Und zwar, wenn irgendwo eine Aktionskraft wirkt, wirkt irgendwo anders eine gleich große, gegengesetzte Reaktionskraft. Das heißt, die Summe beider Kräfte, die Gesamtkraft, ist immer Aktio plus Reaktio immer gleich Null. Das heißt, wenn wir uns das gesamte System aus zwei Objekten anschauen, ist die Kraft dort Null. Und das Gleiche können wir jetzt auch für die Kombination von zwei, drei, vier, fünf, beliebig vielen Objekten machen. Das heißt, egal wie viele Objekte wir haben, die Gesamtkraft in einem solchen abgeschlossenen System ist Null. Wenn jetzt die Gesamtkraft Null ist, das heißt keine Gesamtkraft verursacht wird, dann darf sich der Gesamtimpuls auch nicht verändert haben. Sonst wäre nämlich eine Kraft verursacht worden, nach dieser oberen Gleichung. Das heißt, wir wissen, der Gesamtimpuls darf sich niemals zeitlich verändern in einem abgeschlossenen System. Und somit ist er eine Erhaltungskraft. Diese Begründung ist sogar unabhängig von der genauen Form des Impulses. Diese Impulserhaltung bleibt sogar zum Beispiel in der speziellen oder allgemeinen Relativitätstheorie. Ein Beispiel. Wir haben vorher ein dickes, fettes 2-Kilogramm-Objekt, was sich mit 5 Meter pro Sekunde bewegt. Und nachher haben wir ein kleines 1-Kilogramm-Objekt, was angehalten ist. Und ein 1-Kilogramm-Objekt, was sich jetzt mit der doppelten Geschwindigkeit, also 10 Meter pro Sekunde bewegt. Und jetzt ist die Frage, ist das physikalisch möglich? Na ja, schauen wir uns die Impulse an. Von dem ersten Objekt ist der Impuls 10 Kilogramm mal Meter pro Sekunde, indem wir 2 mal 5 Meter pro Sekunde mal Kilogramm haben. Und hier haben wir unten 1 Kilogramm mal 0 Meter pro Sekunde, das ist eine 0. Und 1 Kilogramm mal 10 Meter pro Sekunde, das ist eine 10 Kilogramm mal Meter pro Sekunde. Das heißt, am Anfang hatten wir 10 Kilogramm mal Meter pro Sekunde, am Ende hatten wir 10 Kilogramm mal Meter pro Sekunde. Es ist also physikalisch von der Impulserhaltung her erlaubt. Und das wird ein fundamentales Prinzip sein, wenn wir uns hinterher den Stoß anschauen. Denn beim Stoß ist es ganz wichtig, sich anzuschauen, was sind die Impulse meiner Teilchen. Und was wir gleich auch noch sehen werden, was sind die Energien meiner Teilchen. Die Energie ist eher eine der verwirrenderen Größen der Physik. Denn die Energie ist mathematisch-physikalisch die Erhaltungsgröße der Zeitbewegung, was auch immer das heißen soll. Für uns versuchen wir die Energie mal etwas aufzuschlüsseln und wir versuchen wirklich zu begründen, was ist Energie. Dafür fangen wir an mit meiner liebsten Definition der Energie. Und zwar Energie ist die Möglichkeit, Arbeit zu verrichten. Das heißt, nur wenn man Energie hat, kann man sie verwenden, um sich zum Beispiel zu beschleunigen. Oder um zum Beispiel etwas hochzuheben. Oder um zum Beispiel etwas zu erwärmen. Das heißt, Energie ist die Möglichkeit, Arbeit zu verrichten. Das ist eine ganz wichtige Definition. Energie ist die Möglichkeit, Arbeit zu verrichten. Und wir wollen uns jetzt anschauen, wie diese Definition sich in der Mathematik auch wirklich niederschlägt. Dazu habe ich hier euch erst einmal aufgeschrieben, eine relativ vereinfachte Form der Energiegleichung. Energie, habe ich schon gesagt, hat etwas mit Kraft zu tun. Denn wir haben die Möglichkeit, Arbeit zu verrichten. Aber Arbeit ist nicht nur Kraft, denn ob ich ein 10 Kilogramm Hantel einen Zentimeter hochheben muss, oder ob ich nur 10 Kilogramm Hantel einen Berg 10 Kilometer hochtragen muss, ist ein großer Unterschied. Das heißt, Energie setzt sich nicht nur zusammen aus der Kraft selber, sondern auch aus dem Weg. Energie definieren wir jetzt einfach mal so und schauen hinterher, ob es wirklich eine Erhaltungsgröße ist, als Kraft mal Weg. Wir haben zum Beispiel eine Kraft von 10 Newton, das ist die Einheit einer Kraft. Oder wir sagen es einfach mal einfacher als 10 Kilogramm mal Meter pro Quadratsekunde. Und wir wollen einen Weg von 1 Meter zurücklegen. Wir multiplizieren das beide und dann erhalten wir eine Energie von 10 Kilogramm mal Meter mal Meter, also Quadratmeter, pro Sekunde, pro Sekunde, also pro Quadratsekunde. 10 Kilogramm mal Quadratmeter pro Quadratsekunde. Und das nennt man auch unter Physikern auch 10 Joule. Das wäre wirklich wunderschön, wenn das schon alles wäre. Leider gibt es hier noch ein kleines Problem bei unserer Definition. Und zwar hat Energie nicht nur was mit Kraft und Weg zu tun, sondern auch wie Kraft und Weg zueinander stehen. In Wahrheit ist Energie nämlich nur derjenige Teil der Kraft, der parallel zum Weg ist, mal dem Weg. Wenn ihr zum Beispiel Schlittschuhen fahren seid und dort ist eine große Eisfläche und ihr gleitet einfach darüber, ohne Anschwung zu geben und ihr gleitet einfach hin und hin und hin und hin, dann legt ihr einen ganz schön langen Weg zurück. Gleichzeitig werdet ihr aber von der Erde angezogen mit einer gigantischen Anziehungskraft von der Erde. Und nach unserer oberen Formel, wo Energie einfach Kraft mal Weg ist, müsste das heißen, dass ihr dafür eine gigantische Energie braucht. Aber ihr steht ja eigentlich nur und lasst euch hinübergleiten übers Eis. Ihr wendet ja nicht aktiv Energie aus, sondern ihr steht da einfach nur, lasst euch hingleiten. Obwohl ihr einen langen Weg und eine gigantische Kraft habt, braucht ihr keine Energie. Na, das ist ja seltsam. Und die Antwort auf dieses Puzzle ist, weil die Kraft nämlich dann senkrecht zum Weg ist. Wenn ihr springt, also in die entgegengesetzte Richtung, wie die Gravitationskraft wollt, nach oben wollt, dann braucht ihr auf einmal ganz schön viel Energie. Dann müsst ihr euch wirklich vom Boden abdrücken. Oder auf die gleiche Art und Weise, wenn ihr fallt, dann kriegt ihr auch auf einmal sehr viel Geschwindigkeitsenergie und dann tut das Fallen auch schon ganz schön weh. Solange ihr aber auf der gleichen Höhe bleibt, braucht ihr keine Energie. Das ist zum Beispiel der Grund, warum Satelliten funktionieren. Satelliten brauchen nämlich nicht die ganze Zeit Energie, um sich von der Erde fernzuhalten, weil ihr Weg nämlich immer senkrecht zur Kraft steht. Für Energie brauchen wir also nur den Kraftteil, der wirklich in die gleiche Richtung zeigt wie der Weg. In den letzten Videos hatten wir kennengelernt, wie man so etwas bezeichnet. Wenn wir einen Vektor haben für eine Kraft, einen Vektor haben für einen Weg, dann wissen wir, wie wir die Projektion hier vorne, den parallelen Anteil herausfinden. Und das tun wir durchs Skalarprodukt. Das Skalarprodukt von Kraft und Weg ist also nur derjenige Teil der Kraft, der parallel ist zum Weg, mal den Weg. Das heißt, ob ihr das hier oben schreibt oder das hier unten schreibt, sind beide das gleiche. Zu guter Letzt müssen wir uns noch ganz kurz unterhalten, was passiert, wenn jetzt mehrere Wege stattfinden. Na ja, wenn wir mehrere Wege laufen, dann addiert sich einfach immer die Arbeit der einzelnen Wege. Das heißt, erst laufen wir zum Beispiel diesen Weg, der senkrecht zur Kraft ist, da haben wir 0. Dann laufen wir diesen Weg, wo wir einen Newton und einen kleinen Teil dieses Weges wirklich parallel haben. Sagen wir mal 0,7 Newton mal Meter. Und hier vorne laufen wir den kompletten Weg parallel zu unserer Kraft. Also einen Meter und den kompletten Newton kriegen wir, also einen kompletten Newtonmeter. Und insgesamt würde dieser komplette Lauf also sich zu 1,7 Newtonmeter addieren. Mathematisch kann das niedergeschrieben werden, indem wir das sogenannte Integral benutzen. Das Integral ist nämlich nichts anderes als die Summe über alle Wegbestandteile. Das heißt, Energie ist dann die Summe über alle Wegbestandteile mal die Kraft darauf projiziert oder die Summe aller Wegbestandteile mal die parallele Kraft. Zwei Energieformen, die wir öfter mal gebrauchen, sind eine leichte Formel für die sogenannte Potenzielle oder Höhenenergie und eine andere Formel für die Kinetische oder Bewegungsenergie. Hier oben haben wir die Potenzielle oder Höhenenergie. Dort bewegen wir uns eine Höhe h hoch, während die ganze Zeit die Gravitationskraft minus m mal g wirkt. Das heißt, der Weg und die Kraft zeigen die ganze Zeit in diese gegensätzlichen Richtungen. Das heißt, wir müssen sie einfach nur miteinander multiplizieren, weil der komplette Teil der Kraft in die gleiche Richtung zeigt wie der Weg. Und dort erhalten wir also Energie ist einfach minus Masse mal Gravitationskraft mal Höhe. Für die Kinetische Energie ist der Beweis etwas schwieriger und ich gehe mal relativ schnell da durch. Energie ist gleich Kraft mal Weg integriert. Und wir setzen ein, dass Kraft gleich Impuls abgeleitet nach Zeit ist. Dann ziehen wir die Masse hier vorne raus. Und wir nehmen dieses 1 durch dt und nehmen dieses dx hier vorne. Und daraus wird dann die Geschwindigkeit. dx durch dt oder Weg durch Zeit ist Geschwindigkeit. Das heißt, diese beiden hier vorne fasse ich zur Geschwindigkeit zusammen. Das heißt, übrig bleibt nur die Masse und dieses dv hier vorne. Das heißt, Masse und dv. So, jetzt habe ich hier vorne die Funktion stehen. v integriere ich über v. Wenn ich x über x integriere, kriege ich 1 halb x² raus. Und so leitet man die Energieformel für die kinetische Energie her. Kinetische Energie oder Bewegungsenergie ist gleich 1 halb Masse mal Geschwindigkeit². Diese Energieform werden wir öfter nochmal gebrauchen. Deswegen habe ich sie extra hier nochmal hergeleitet. Den Beweis dieser Herleitung braucht ihr aber nicht auswendig zu können. Habe ich nur einmal für euch gemacht. Das heißt, hier haben wir schon mal zwei wunderschöne Energieformen. Die potenzielle Energie, minus Masse mal Gravitationsbeschleunigung mal Höhe. Und die kinetische Energie, 1 halb mal die Masse mal die Geschwindigkeit zum Quadrat. Natürlich sind das nicht die einzigen Energieformen, die es überhaupt gibt. Zum Beispiel gibt es noch die thermische Energie oder die Energie eines Ferromagneten, der ein bestimmtes magnetisches Feld hat und bestimmte Spins hat. Aber solche Energien, merkt ihr schon, das ist viel zu komplex, brauchen wir erst einmal überhaupt nicht. Die lernt ihr dann irgendwann, wenn ihr wirklich Physik studieren wollt. Das Coole an der Energie ist, die Energie ist wieder erhalten. Ich hatte schon ganz kurz anklingen lassen, dass die Energie die sogenannte Erhaltungsgröße der Zeittranslation ist oder der Zeitbewegung ist. Das ist vielleicht ein bisschen zu abstrakt für euch. Aber wir können schon mal festhalten, die Energie ist die Möglichkeit, Arbeit zu verrichten. Und diese Möglichkeit ist eine erhaltene Sache. Das heißt, sie wird sich nicht einfach so ändern, wenn wir nicht Arbeit wirklich verrichten. Ein kurzer Beweis dazu, die totale Energie ist das Integral über eine Kraft mal Weg. Wenn die gesamte Kraft ist natürlich wieder eine Summe aus Aktions- und Reaktionskräften. Das heißt, die gesamte Kraft ist wieder Null. Das heißt, hier haben wir ein Integral über Null. Da kommt selber Null raus und eine Integrationskonstante. Und weil es eine Integrationskonstante ist, ist die Integrationskonstante natürlich auch konstant. Und somit ist natürlich die Gesamtenergie erhalten, weil sie konstant ist. Das heißt, auch hier Gesamtenergie ist erhalten, zumindest im abgeschlossenen System. Und das sind sie also. Unsere Energieerhaltung, Gesamtenergie ist erhalten, setzt sich zusammen aus zum Beispiel kinetischer, also Bewegungsenergie, und potenzieller, also Höhenenergie, möglicherweise noch andere. Und dann haben wir noch unsere Impulserhaltung. Der Gesamtimpuls ist erhalten und der Impuls setzt sich einfach zusammen als Masse mal Geschwindigkeit. Das soll es also soweit gewesen sein. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß. Tschülü!